und damit moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video wir öffnen heute vier kleine fifa packs wir fangen natürlich mit dem seltenen spieler an 75 plus spieler es ist kein rocker drin wer ist es aber 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 geht klar geht klar hätte natürlich besser sein können und wichtiger den haben wir sogar schon und nicht und und antwort sogar nur schade 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 alles klar wir gehen in ein zwei seltener gold spieler pack rein das könnte jetzt richtig werden ja so halt nicht also wir haben wir hier drin nachschuhn monrela und pereza Ein Goldspieler-Set, klein. Da erwarte ich jetzt schon was. Nur Rockout wäre natürlich sehr gut. Schade. Was ist das? Brasilien? Stürmer? Gabi Rezus? Das geht klar, würde ich sagen. Dann setzen wir gleich mal rauf, wie viel Essig-Chang wohl wird. Ich würde schon sagen 1200 bis 1400. Trinkhaus ist auch nochmal das wert, glaube ich. Dafür sollte er auf alle Felder weggehen. Wie viel Essig-Chang wohl so sehr. Den werde ich erstmal noch in mein Verein packen, weil ich weiß noch nicht bei dem. Einer war aus Pina. 1000 bis 1200. Die drei kommen wieder rein in den Verein. So, und jetzt das seltene Goldspieler-Pack. Bitte lasst da auch wieder was Gutes drin sein. Bitte. Wäre sehr wichtig. Ich. Ach Gott. Ich kann noch mal lieber da durch. Ich kann noch mal lieber da durch. Mann, ey. Muss das dort immer kommen. Ah, und halt, ja, toll. Wie schön. Hat sich jetzt so gelohnt. Aber ja. Damit würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao, wir sehen uns beim nächsten Video.